Man kann ja von der Springerpresse halten, was man will. Wenigstens hatten sie regelmäßig darüber berichtet, dass Chinas Kriegsmarine mit deutschen Motoren läuft. Also sowohl die Kriegsschiffe als auch einige der U-Boote. Und dieser Handel geht schon eine ganze, ganze Weile lang zurück. Es ist noch nicht so lange her, wo dann die Amerikaner plötzlich Druck machten und verlangten, dass man das einschränkt. Aber es gibt halt immer noch Motoren, die dann weiterverkauft werden. Die deutsche Außenministerin Baerbock meinte dann, sie vertraue diesen Firmen wie MTU, die diese Motoren da liefern, dass halt da alles mit rechten Dingen zugeht. Und es gibt zwar seit einer ganzen Weile ein Waffenembargo gegen die Chinesen. Aber das ist so schwammig formuliert, da gibt es halt sehr, sehr viele Wege drumherum. Oder bestimmte Gegenstände fallen da gar nicht erst drunter. Das heißt, man kauft halt einen Schiffsdiesel oder einen riesigen Dieselmotor. Und ob das dann in Kriegsgerät landet oder nicht, das steht dann wieder auf einem anderen Blatt. Also das heißt, der Springerpresse wird gerade sehr stark angegriffen. Hier insbesondere Döpfner, der regelmäßig bei Bilderbergkonferenzen ist, dann auch noch Ex-Bildchef Reichelt und so. Und anscheinend sind die beiden sich jetzt auch nicht mehr grün. Es ist fraglich, wer da jetzt diese peinlichen Textbotschaften liegt. Und der eine will den anderen verklagen und, 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 und. Also man darf nicht darauf reinfallen, hier auf die Springerpresse. Das heißt, die sind natürlich auch ihren amerikanischen Investoren verpflichtet und haben ja eine gewisse Historie hier in der Bundesrepublik. Ich empfehle Ihnen da auch mein neues Buch, Kartell der Supermächte Band 8 Bundesrepublik. Finden das unter shop.recentab.com. Also alles Wesentliche, was hier aufgebaut wurde, natürlich unter der Fuchtel der Amerikaner und der Geheimdienste. Und, aber einige wichtige Leute, die werden auch nie richtig eingeweiht. Also ich glaube nicht, dass Döpfner so stark eingeweiht ist. Und jetzt sieht, wie er halt eben dann kritisch ist gegenüber, eigentlich war gegenüber Angela Merkel und dem Klimathema und halt eben auch mit dieser Sache mit den deutschen Motoren für Chinas Kriegsmarine. Also eigentlich müsste man jetzt das Ganze wieder hervorkehren, weil Baerbock ist ja jetzt gerade in China und soll dort halt gleichermaßen dezentrohen und beschwichtigen. Und jetzt behaupten die Chinesen, sie seien bereit für einen Überfall auf Taiwan. Andere schätzen, das dauert noch wenige Jahre. Die Amerikaner rechnen mit 2027. Chinesen tun aber so, als seien sie jetzt schon bereit. Der große Joker in der ganzen Sache ist, wie in einem anderen Video schon erwähnt, Nordkorea. Wenn die koordiniert losschlagen, dann würde man die Amerikaner eben aus dem ganzen südchinesischen Meer vertreiben. Man würde die Basis in Guam zerstören, man würde eine Strike-Carrier-Gruppe zerstören der Amerikaner mit einem Flugzeugträger und müssten sich nach Australien zurückziehen. Und erst dann hätte China freie Bahn für Taiwan. Das heißt, ansonsten wäre das zu schwierig und die Beute wäre nicht groß genug. Also es kann auch viel, viel übler werden, als es jetzt diskutiert wird. Und eben das Thema, dass die Kriegsmarine der Chinesen mit deutschen Motoren läuft. Also wenn dieser Überfall stattfindet, in welcher Form auch immer, ist es unsere Technik, die da zum Einsatz kam. Und das wurde ja durchgewunken unter der SPD, der CDU. Vielleicht geht das sogar bis hinter in die rot-grüne Koalition unter Schröder. Also ich habe ja nicht 100% alle Daten dazu gesehen, aber es ist wirklich erschreckend. Das heißt, dieses Überfallpotenzial geht auch auf uns zurück. Also und jetzt ist die Außenministerin Baerbock in China und ja, diplomatisch formuliert erklärt sie eben, wenn die Kommunisten Taiwan in Ruhe lassen, gibt es weiterhin Handel mit Deutschland. Ansonsten würde der Krieg auch zu einem Wirtschaftskrieg führen. Sie war jetzt nicht sonderlich konkret. Sie sprach hier von Folgen für alle Länder, die Weltwirtschaft und Deutschland. Militärische Eskalation wären Horrorszenario, sei für Europa nicht akzeptabel. Ja, also das heißt, Handelswege würden dann wahrscheinlich abgeschnitten werden und Strafzölle und Handelsverbote etc. Also da wird jetzt halt eben dann so ein bisschen gedroht. Und Olaf Scholz reiste ja bereits hier mit Wirtschaftsbossen vor ein paar Monaten nach China zu so einer Drohkonferenz. Also im Jahr 2021 wurden Waren im Wert von 200, also rund 250 Milliarden Euro zwischen Deutschland und der Volksrepublik China gehandelt. Also es ist alles zusammengefasst, Export und Importe. Zum sechsten Mal in Folge war China unser wichtigster Handelspartner. Dennoch kann China ersetzt werden. Das hätte man auch längst eigentlich machen sollen. Man hätte es gar nicht so weit kommen lassen dürfen. Die Frage ist, warum hat man China so lange geholfen? Auf den Rängen 2 und 3 folgen die Niederlande mit einem Warenverkehr in Höhe von 200 Milliarden Euro. Ist auch sehr heftig. Und die Vereinigten Staaten mit ebenfalls rund 200 Milliarden Euro. Also man sollte denken, dass wir vernünftigere Partner finden könnten als China. Vor allem solche, die unsere gelieferte Technik nicht für eine massive Aufrüstung benutzen. Recherchen der Welt, eben Springer-Presse und Politico dokumentierten, wie die USA die deutsche Bundesregierung dazu gedrängt hatten, Lieferungen von Motoren deutscher Firmen an das chinesische Militär einzuschränken. Konkret ging es um die Produkte von MTU und einer MAN-Tochterfirma. Interne Unterlagen zeigen, dass Berlin erst 2017 insofern im Drängen nachgab in Bezug auf U-Booten-Motoren. Große Schiffsdiesel gelten hingegen weiter als nicht genehmigungspflichtige Dual-Use-Güter. Heutige Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen hielt neue Restriktionen für unnötig. Sie vertraue MTU. Aber vertraut sie auch den Chinesen. Was ist, wenn so und so viele gekauft werden von diesen riesigen Schiffsdieseln und landenden Kriegsschiffen? Scholz meinte nach seinem Besuch, dass China von heute ist nicht mehr dasselbe wie noch vor fünf oder zehn Jahren. Aber das ist ziemlicher Quatsch. Also aggressiv waren sie seit eh und je. Es ist damit zu rechnen gewesen, dass China sich irgendwann ausdehnen will. Und auch die tatsächliche Beziehung zwischen China, Russland und Nordkorea hält auch einige Überraschungen bereit. Sie finden das hier auf recenter.com oder in meinen Büchern unter shop.recenter.com. Die Wirtschaftsdelegation, die den Kanzler begleitete, kann natürlich ein gewisses Drohpotenzial entfalten. Also Bayer, VW, BMW, BASF, Siemens, Merck, Adidas, BMW, Deutsche Bank und Biontech. Weitere Firmen sind gar nicht erst nach China gegangen. Deutschland hat noch eine Abhängigkeit bei seltenen Erden von China. Rohstoffe, Magnesium, Solarmodulen. Also wir liefern nach China hochwertige Produkte wie Autos oder Maschinen. Während China eher einfache Produkte wie Kleidung und Konsumgüter wie Mobiltelefon und Plastikspielzeug herstellt. Also nichts wäre einfacher als die Produktion halt eben von Hosen, Plastikspielzeug zu verlagern. Beziehungsweise Mobiltelefone halt woanders zusammenkleben zu lassen. Ja, also wir sind nicht so leicht hier zu ersetzen, aber China ist für uns eigentlich durchaus zu ersetzen. So sind in Deutschland aktuell nur um die drei Prozent der Arbeitsplätze direkt und indirekt vom Export nach China abhängig. Möglich sind neue Freihandelsabkommen mit anderen großen asiatischen Ländern wie Indien, Indonesien, Malaysia. Und genau dorthin reiste dann Kanzler Scholz mit seinen Wirtschaftsbossen dann eben auch noch hin. Ja, dann gab es diese Costco-Kontroverse. Also die chinesische Firma Costco will eine Beteiligung an einem deutschen Hafen. Man will auch generell die chinesischen Investitionen in Deutschland beschneiden. Im Jahr 2020 standen der Bundesbank zufolge deutsche Investitionen von 89... Also es war ein Missverhältnis von 89 Milliarden Euro zu 4 Milliarden. Also wir kaufen uns da drüben irgendwie keinen Einfluss, aber die kaufen sich hier überall ein. Also hier ist halt ewig lange Zeit Wandel durch Handel, aber gerade diese kriegstauglichen Motoren sind eben ein Riesenproblem. Also von den Firmen MTU in Friedrichshafen und eine französische Filiale der VW-Tochter MAN. Kriegsschiffe des Typs Luyang 3 sollen von MTU-Motoren angetrieben werden. Und hier die Datenbank des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI. Da haben sie eben dann einige Verkäufe nachrecherchiert und diese Meldung landete dann in der Springerpresse. MTU und MAN lieferten anscheinend auf dem Umweg über Lizenzproduktionen nach China. Das ist auch mal so eine Option. Die deutschen Motoren finden sich in chinesischen Jagd-U-Booten des Typs Song. Also sehr leise diesel-elektrische Antriebstechnik, um es dem Feind zu erschweren, das Boot zu orten. Also ist nicht unüblich, dass halt Ländern Kriegstechnik verkauft wird und dann kommt es zum Krieg. Das war insbesondere vor dem Zweiten Weltkrieg so. Es gab viel Technikverkäufe an die Nazis, es gab auch viel Technikverkäufe an die Sowjets. War alles Mögliche dabei, Förderungen dabei, etc. Also Chinesen üben natürlich dann seit geraumer Zeit, amerikanische Flugzeugträger zu versenken. Bei Spezialraketen, die realen Verteidigungsausgaben Chinas sind auch wesentlich höher als die offiziellen Angaben. Also die Chinesen geben vielleicht sogar schon ähnlich viel aus wie die Amerikaner. Möglich ist es halt durch die Handelsbeziehungen. Also das heißt, sie finden weitere Informationen über diese ganzen Details hier auf recenter.com. Ebenfalls gibt es jetzt halt eben die Ankündigung von China, dass sie in der nuklearen Oberliga spielen wollen. Das heißt, sie wollen halt vierstellige Anzahlen von Atomsprengköpfen, neuartige Raketen, dass sie da einfach global eben oder halt weit über ihre Grenzen hinaus einsatzfähig sind. In der Vergangenheit wollte man eher nur die eigenen Grenzen schützen mit halt wenig Atomwaffen. Und natürlich der Joker Nordkorea. Kürzlich sagte ein russischer Funktionär, beauftragt halt mit der Mobilisierung von Soldaten. Der Russe sagte, dass Nordkorea 50.000 Spezialkräfte bereitstellen kann kurzfristig für die Ukraine und dass eben insgesamt 500.000 nordkoreanische Soldaten in die Ukraine gebracht werden können. Das würde selbstverständlich dann die ganze Situation dort verändern. Auch die Situation verändern für Polen, Deutschland, Finnland etc. Das ist durchaus möglich. Also eines der größten Schreckensszenarien, das habe ich auch in einem Video genau erklärt, ist eben ein koordinierter Angriff von Russland, China und Nordkorea. Also dass man das halt eben dann so timet, um den maximalen Nutzen-Effekt rauszuschlagen. Und schon wäre man hier einen Riesenschritt weiter in Asien aus Sicht der Kommunisten. Man wäre einen Riesenschritt weiter in Europa aus Sicht der Russen. Und Amerika wäre dann zurückgedrängt hier im Pazifik bis nach Australien. Und Amerikas Kräfte wären eben dann auch wahrscheinlich an den Asien gebunden. Und Amerika könnte halt eben dann nicht so viel beisteuern hier in Europa. Mit solchen Sachen hätte man längst rechnen müssen. Komischerweise rüsteten die europäischen Staaten viel zu wenig und dann jetzt auch erst viel zu spät. Deutschland gibt sich hier überhaupt keine Mühe. Also man hat da überhaupt keinen richtigen Fortschritt hier erkennen können seit dem Ukraine-Überfall. Bundeswehr schwach wie eh und je. Es werden keine richtigen großen neuen Investitionen getätigt. Und das macht natürlich dann einen größeren Konflikt dann umso spannender. Ich meine, es ist immer eine Frage, ob sich konventionelle Streitkräfte im größeren Stil überhaupt noch lohnen. Das würde aber dann bedeuten, dass eben dann verstärkt kleine Atomwaffen eingesetzt werden. Wohl so eine riesige Luftwaffenbasis für die Bundeswehr schaffen oder halt ein riesen Zentrum mit Panzern und so weiter, wenn das alles dann sehr schnell zerschossen werden kann. Ja, umgekehrt ist halt eben dann die Frage, wie würden Europa reagieren auf Angriffe mit Atomsprengköpfen. Ja, meistens ist es so, die NATO wäre da sehr zögerlich, würde dann nicht unbedingt gleich das große Gerät auspacken und dann hier zurückschlagen, sondern man würde vielleicht eher dann halt diesen Angriff erstmal absorbieren und dann weiter schauen. Also es bleibt sehr, sehr spannend. Ich empfehle Ihnen, dass Sie diesen Kanal hier abonnieren. Ich empfehle Ihnen auch, dass Sie sich meine Bücher beschaffen über die Supermächte und ihre äußerst bizarre Beziehungen zueinander. Finden das unter shop.recenter.com. Die Reihe des Kartell der Supermächte. Dort finden Sie auch noch natürlich alles Mögliche, was Sie brauchen können für Ihren Zivilschutz und für Ihre Freizeit. Damit Sie nicht halt sicherheitsmäßig angewiesen sind auf die Regierung. Das heißt, Sie hätten dann eine eigene Stromerzeugung oder halt einen eigenen Strombatteriespeicher. Sie hätten halt eigene Lebensmittelvorräte, eigene Möglichkeit Trinkwasser zu erzeugen, eigene Funkgeräte. Sie sind nicht abhängig vom Staat, der ja nicht nur die Bundeswehr ruiniert hat, sondern eben auch den Zivilschutz.